Mein Name ist Stefan Kalkbrenner, ich bin Geschäftsführer der Metallbau Kalkbrenner GmbH. Die Kalkbrenner GmbH hat ihren Sitz in Sulzbach-Rosenberg. Wir sind in der Oberpfälzer Region tätig, das heißt Amberg-Sulzbach, Nürnberg, Regensburg. Die Gründung der Firma war als Fahrradgeschäft 1948. Wurde dann bis 1954, 1956 ausgebaut zu einer Maschinenbaufirma, die für das Stahlwerk Maxutte tätig war. Seit 1978 ist die Firma in Familienbesitz. Unsere Zielgruppe ist hauptsächlich der gewerbliche Bereich, als auch der private Bereich, den wir genauso mitbedienen wollen. Wir fertigen Sonderbauteile als Ersatzteile und Industriebauteile an. Des Weiteren bedienen wir die öffentliche Hand, Architekten, Kindergärten, Schulen. Die Kunden, die zu uns kommen, brauchen meistens maßgeschneiderte Sonderlösungen für ihr eigenes Projekt. Sei es ein Gartenzahn, sei es eine fertige Terrassenüberdachung, da muss man wirklich alles zusammenspüren. Sei es von der Beleuchtung, sei es mit Glas, sei es mit Beschattung. Also immer alles von vorne rein schon zusammenpassen und nicht nacheinander. Wir bieten im Endeffekt Komplettleistungen als eine Hand. Das heißt, der Kunde braucht nicht von A nach B zu gehen, sich die verschiedenen Handwerkerleistungen zusammenzusuchen. Oftmals ist der Fall, dass wir die komplette Leistung koordinieren. Das heißt, der Metallbauer, der Glaser, der Mahler im Nachhinein, der Pflasterer. Also alle Leistungen kommen dann aus einer Hand und werden koordiniert. Der Weg zu einem erfolgreichen Kundenprojekt findet bei uns durch ein persönliches Gespräch vor Ort mit einer gemeinsamen Lösungsfindung statt. Danach geht es über Handskizzen und ein Modell vom Kundenprojekt zur Vorstellung und danach ist er in die Fertigung. Das heißt, der Kunde bekommt bei uns nichts, was er nicht schon vorher gesehen hat. Man muss seine Arbeit mit bestimmter Leidenschaft machen. Und wenn die Leidenschaft fehlt und nur um jemanden zufriedenzustellen, das Geld deswegen macht aber keinen Sinn. Die glücklichsten Momente für mich sind, wenn man zufriedene Kunden sieht, die auch nach vielen Jahren zurückkommen und sagen, wir waren damals zufrieden und kommen gern wieder. Bis zum nächsten Mal.